Ja, schönen Sonntag meine Freunde. Jetzt ein relativ überraschendes Video, also so mega überraschend ist es auch nicht, aber ich dachte, heute kommt vielleicht mal keine Transfer-News und ich mache heute meine Tierlist zu den besten Heimtrikots. Das mache ich dann entweder morgen oder, keine Ahnung, irgendwann noch im Laufe der nächsten Zeit, bevor die Saison beginnt. Ja, dieses Video geht jetzt wirklich nur um meine Meinung zu Jordan Torunarigas Wechsel in allen Hinsichten zu KAA Gent nach Belgien. Also damit habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig gerechnet, dass es ihn doch nochmal dahin zurückziehen könnte. Ja, wie soll man sagen, die Eckdaten sind laut Florian Plettenberg von Sky und auch von BILD 4,5 Millionen Euro Ablöse, sodass er wirklich dauerhaft dann dorthin wechselt. Und da soll ihm wohl, was ist denn heute los, Drei-Jahres-Vertrag winken bis 2025. Ja, ist jetzt kein ultra langfristiger Vertrag, aber wahrscheinlich denkt er sich ja auch, dass er das eventuell als Sprungbrett nutzen kann. Diese 4,5 Millionen inkludieren allerdings etwaige Bonuszahlungen. Also muss man jetzt davon ausgehen, dass man wahrscheinlich in dem Dreh 3 Millionen, 3,5 Millionen oder so für ihn als Ablöse bekommen hat. Was wieder unter dem geschätzten Marktwert von Transfermarkt.de ist, was aber derzeit die ganze Zeit passiert, dass Transfermarkt-Marktwerte da deutlich höher liegen, als dann meistens die tatsächlichen Umsätze oder die tatsächlichen Erlöse bei einem Transfer sind. Ja, also knapp 3 Millionen statt 5 Millionen Marktwert. Er hatte, wie gesagt, ja auch nur noch ein Jahr Vertrag und jetzt wechselt er dahin. Was natürlich schon ziemlich traurig ist, aber aus meinem Empfinden, ich wusste es wirklich nicht, ist jetzt auch nicht so, dass ich hier irgendwelche Quellen oder so hatte, ich wusste es nicht, aber aus meinem Empfinden, mit diesem Kämpftransfer im Winter und dann noch dieser guten Leistung von Jordan in dem halben Jahr in Belgien inklusive Pokalsieg, Playoffs gut bestritten um die Conference League und so weiter, es war mir eigentlich klar, dass er nicht bei uns bleiben wird in dieser Konstellation, wo wir Kämpf als Innenverteidiger geholt haben und mit dem Zeitpunkt, wo wir wussten, es wird Sandro Schwarz Trainer und wir spielen keine Fünferkette. Also hätten wir einen Trainer geholt, wo wir gesagt haben, Dreierkette, drei Innenverteidiger, dann hätte man sagen können, ja gut, da hat er absolut die Chance, Stamm zu spielen, neben Kämpf in der Innenverteidigungsmitte vielleicht, linker Innenverteidiger Jordan, rechter Innenverteidiger Boyata oder wen auch immer man da hinstellen wollen würde. Aber durch diese Verpflichtung von Kämpf war es für mich klar, also man hat Kämpf verpflichtet, weil man darauf vertraut, dass er ein gestandener Bundesligaspieler ist. Der wird auch nicht wenig Gehalt bei uns bekommen, weil er hat ja bei Stuttgart nicht verlängert, sonst hätte er sich auch nicht für den Wechsel zu uns entschieden. Und mit diesem Transfer war mir einfach klar, es wird nicht zu 100 Prozent darauf gesetzt, dass Jordan in Zukunft unser Abwehrchef zumindest bei der linken Innenverteidigerposition werden kann. Und natürlich ist es auch möglich, mit zwei Linksfüßen in der Innenverteidigung zu spielen. Wie gesagt, ich habe in dem einen Video mal genug Beispiele gebracht, aber es war mir klar, dass Jordan wieder der Herausforderer sein wird nach dem Kämpftransfer. Ob er jetzt kämpft besser als oder nicht, es war mir klar, dass er Kämpf herausfordern muss. Und ich war mir eigentlich zu 100 Prozent sicher, vor allem nach dieser gut laufenden, verletzungsfrei bleibenden halben Saison bei KAA Gent, dass Jordan einfach nicht Bock hat zu verlängern, um dann nochmal in der Herausfordererrolle, wie schon so oft gewesen zu sein, sondern dass er zu einem Verein wechseln will, die auf ihn bauen, wo er absoluter Stammspieler und Abwehrchef ist und wo er vielleicht auch einfach nicht mehr diesen Ausbildungsstatus hat. Was mich jetzt einfach nur überrascht hat, ich bin wie gesagt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er geht. Was mich nur überrascht hat, ist, dass er jetzt wirklich nach Belgien, zurück nach Gent geht. Und ich glaube ganz ehrlich auch nicht, dass das seine absolute Wunschlösung ist. Jetzt kann man ja nochmal zu seinen Eckdaten sagen, ist natürlich schon schade. Nach Arne Meier und Kader, wieder einer aus der eigenen Jugend, der uns am Ende jetzt verlässt, der eigentlich auch kein schlechter Innenverteidiger ist. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, da schlummert sehr, sehr viel Potenzial, zumindest wenn er verletzungsfrei bleibt. Und auch da muss ja die Frage erlaubt sein, warum hat er ja bei uns so viele Verletzungen, ist ein halbes Jahr dann mal in Belgien und hat da auf einmal keine Verletzungen mehr. Seit 2006 bei uns, also man hat ihn immer schon als Berliner angesehen, obwohl er ja der damals Achtjährige aus Chemnitz kam, aus der Jugend von denen und er mit seiner Familie hier nach Berlin gezogen ist. Insgesamt hat er für die Profimannschaft zumindest mal 81 Spiele gemacht, sechs Tore, fünf Vorlagen, wurde damals Profi unter Pal Dardai vor knapp fünf Jahren. Dazu muss man dann auch nochmal sagen, gut, er war jetzt nur viereinhalb Jahre hier. Er hatte auch wirklich viele Verletzungen, was ihn immer wieder zurückgeworfen hat und was dann auch dazu geführt hat, dass er es doppelt schwer hatte. Also oft wurden ihm natürlich auch Fehler angelastet, die man anderen Innenverteidigern irgendwie durchgehen lassen hat, bei verschiedensten Trainern, aber am meisten, meines Erachtens nach, haben ihn seine Verletzungen zurückgeworfen. Weil es war teilweise wirklich so, dass wir ihn dringend gebraucht hätten und er gute Leistungen gezeigt hat und dann sich wieder verletzt hat. Und da haben ja dann schon einige geschrieben, ja, das kann ich mich noch genau daran erinnern, als ich mal ein Video über Jordan gemacht habe, dass er wieder mal verletzt war, ganz am Anfang, wo ich mit YouTube angefangen habe, da haben dann einige geschrieben, ja, vielleicht ist Jordan auch einer, der einfach fußballerisch absolut bundesligatauglich ist, aber der Körper ist vielleicht nicht bundesligatauglich, weil er immer wieder verletzt ist. Werden wir jetzt in Zukunft sehen bei einem anderen Verein. Also ich glaube, Hertha muss sich da einfach hinterfragen, was machen wir in der vielleicht Belastungssteuerung falsch, wie arbeiten unsere Ärzte, Physios, wer auch immer. Weil das war schon sehr, sehr komisch, dass er das ganze halbe Jahr bei Belgien, in Belgien, wo sogar teilweise Doppel- und Dreifachbelastungen mit Europa Conference League und DFB-Pokal, sei ich schon, belgischen Pokal war, dass er da nicht einmal verletzt war. Trotzdem kann man natürlich sagen, 81 Spiele in viereinhalb Jahren ist jetzt auch nicht sonderlich viel. Also da wäre auf jeden Fall deutlich mehr Pflichtspiele drin gewesen, vor allem bei dem Können, was er ja definitiv hat. Also für mich war das immer so, der wird der nächste Boateng, der wird der nächste Abwehrchef. Der hat, man hat es gestern auch im Testspiel wieder gesehen, der hat auch immer diesen Dribbeldrang, ab und an mal mit nach vorne zu gehen, an Leuten vorbeizugehen, auch mal zu schießen und so weiter. War ja auch torgefährlich. Wie gesagt, sechs Tore hat er ja immer gemacht. Bei Gent hatte er jetzt in der Halbserie 15 Pflichtspiele gemacht, kein Tor und keine Vorlage, und hat da mal in der linken Innenverteidigerposition gespielt. Und die Belgier aus Gent, die wollten ihn ja damals unbedingt als Laie haben und die wollten ihn ja auch unbedingt fest verpflichten, was Jordan dann erstmal wahrscheinlich nicht wollte. Und man war sich wahrscheinlich auch als härter Seite nicht sicher, naja, wie wollen die das denn zahlen? Kriegen wir vielleicht von einem anderen Klub doch nochmal mehr Geld für ihn? Aber es hat sich einfach alles darauf hingedeutet, meines Erachtens nach, dass er den Verein verlassen wird. Und jetzt ist es nun mal so, jetzt kann man sagen, ja, es waren Gerüchte um West Ham United, es waren Gerüchte um Wolfsburg. Ich bin auch mal davon ausgegangen, dass er in die Premier League wechseln wird. Aber am Ende hat er sich jetzt wirklich für Belgien entschieden. Was wird da den Ausschlag gegeben haben? Ich glaube tatsächlich, dass am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass Gent ihn unbedingt will, dass er da schon funktioniert hat, dass er da absoluter, unumstrittener Stammspieler sein wird, dass er da international spielen kann, wenn es auch nur Conference League ist, dass er da Pokalsieger geworden ist, also dass er selber da mit guten Zeiten verbindet, sich da wohlfühlt in einer Mannschaft, die ihn schätzen als Spieler. Jugendspieler, ja, das ist ja bei uns auch immer so ein Problem. Ein Jugendspieler hat bei, ist nicht nur bei uns so, aber häufig sagen das ja Jugendspieler bei uns, die haben immer diesen Azubi-Status, wenn sie woanders hinkommen, die werden in dem Sinne als Star gefeiert, der von einem anderen Klub kommt, ja, und bei uns bleiben sie immer dieser, ja, das ist unser ehemaliger Jugendspieler. Also das wird den Ausschlag gegeben haben, diese erfolgreiche Zeit, dass er absoluter Stammspieler sein will. Und ich glaube aber ein bisschen auch, dass es wahrscheinlich keine anderen passenden Angebote gab. Also vielleicht gab es noch andere passende Angebote von besseren Klubs, aus besseren Ligen. Aber da hätte er vielleicht wieder sich um einen Stammplatz streiten müssen. Und er muss sich ja in seiner Karriere auch fragen, er ist jetzt 24, was bringt es ihn als Beispiel jetzt? Er wechselt zu Wolfsburg, die ja auch eigentlich nach dem Abgang von Brooks einen linken Innenverteidiger brauchen. Aber was bringt es, wenn dann irgendwie Lacroix und Bonneau die Innenverteidigung bilden und er dann als Beispiel jetzt, er weiß ja nicht, wie echt dieses Gerücht war, und er dann wieder da der Herausforderer ist. Ja klar, dann macht er da einen guten Schnapp, verdient er vielleicht das Doppelte als wie bei Hertha oder wie jetzt in Belgien. Aber er macht wieder nicht den nächsten Karriere-Schritt. Und wenn er an seine eigene Karriere denkt, weil er hat ja eigentlich das Talent zu führen, er hat das Talent, ein richtig stabiler Innenverteidiger zu sein, der so unfassbar viele Stärken hat, dann macht er der Transfer vor allem eben sportlich Sinn. Ich glaube nicht, es hieß ja, was ich immer so gehört habe, aus Hertha-Kreisen öfter mal auch, dass Bobic eigentlich Jordan halten wollen würde, aber da liegt es auch ein bisschen an dem Gehalt, was man ihm nicht zahlen kann. Die Frage ist, was wollte man ihm zahlen? Wenn da viele alte Verträge von Michael Peepunkt zweieinhalb Millionen sind, wollte er wahrscheinlich auch mal so in die Richtung langsam verdienen, solange wie er schon zum Profikader gehört und solange wie er schon bei Hertha ist. Und das will man wahrscheinlich für neue Spiele einfach nicht mehr ausgeben oder für ihn nicht ausgeben. Keine Ahnung, was Kent im Camp verdient. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Gent ihm da viel, viel mehr anbieten kann als Hertha. Aber ich glaube am Ende, vielleicht bieten sie ihm ein bisschen mehr und eben diese Wertschätzung dazu und er denkt sich auch, naja, vielleicht ist es mein Sprungbrett. Wenn das jetzt wirklich ein Vertrag wird bis 2025, dann kann es ja ein absolutes Sprungbrett sein. Bestes Beispiel ist ja Dorsch. Gut, der spielt jetzt bei Augsburg, hätte vielleicht auch ein höheres Regal am Ende werden können, aber der ist ja nach Belgien gegangen, ohne richtig Bundesliga-Profi zu sein, hat da super performt, da eine super U21-EM gespielt und danach ist er zwar nur zum FC Augsburg gewechselt, die aber mittlerweile ja auch gute Gehälter zahlen können und es ist sofort eine absolute Bundesliga-Stammgröße gewesen und der hätte meines Erachtens nach sogar zu einem größeren Klub wechseln können als zum FC Augsburg. Ich glaube, das wird der Plan dahinter sein. Ich glaube nicht, dass es jetzt primär extrem viel Geld da gibt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn die immer international vertreten sind. Gent glaube ich nicht, dass es da viel, viel mehr Geld zu holen gibt, alleine schon Fernsehgelder an deren eigenen Liga. Ich glaube auch nicht, dass es seine absolut erste Wahl der Liga war. Ich glaube, es wird wirklich eine strategische Entscheidung sein und dann vielleicht klopft dann irgendwann nochmal ein großer Bundesliga-Klub oder vielleicht sogar ein Klub aus England an. Die schauen sich ja auch die belgische Liga an und haben dann Interesse an ihm. Ich glaube nicht, dass er jetzt die nächsten zehn Jahre da spielen will. Aber da kommt halt alles zusammen. Da kommt alles zusammen. Nicht genug Wertschätzung bei uns, Verletzungspech, warum auch immer. Bei anderen Vereinen ist er gefragt. Bei uns spielt er wahrscheinlich wieder gegen den Abstieg und muss sich noch einen Stammplatz erstmal erobern. Bei denen ist es sehr viel angenehmer für einen Spieler. Auch wenn es eine andere Liga ist, auch wenn es nicht Berlin jetzt seine ansässige Heimat ist. Es ist doch viel angenehmer für einen Profispieler, nach drei Jahren Abstiegskampf einfach mal oben mitzuspielen. Einfach mal Conference League zu spielen. Einfach mal um den Pokal zu spielen. Das ist doch ein ganz anderer Druck, als ständig diesen Abstiegskampfdruck zu haben. Und ja, deswegen verlässt uns jetzt meines Erachtens nach einer der großen Publikumslieblinge, wo man auch wieder große Chancen vertan hat. Ich weiß nicht, manche von euch werden sagen, sie finden Kempf, bisher hat das noch nicht gezeigt, aber ist auf lange Sicht gesehen der stabilere Innenverteidiger. Ich sage immer noch, ich hätte Kempf nicht geholt, auch wenn er vielleicht bei uns jetzt noch eine große Größe werden kann oder wird in der Innenverteidigung, was er bisher noch nicht war. sage ich, das hätte auch einfach den Platz hätte Jordan einnehmen können. Den Platz hätte Jordan einnehmen können, da hätten wir wieder jemanden, mit dem ich mich identifizieren kann. Klar kann ich mich vielleicht auch irgendwann mit Kempf identifizieren, aber ich will da einen haben, der Berliner ist. Auch wenn er eigentlich nicht aus Berlin gebürtig ist, aber hier groß geworden ist, den hätte ich gerne für die Identifikation gehabt. Und ich glaube auch, der ist ja sogar noch jünger, dass wenn man den richtig behandelt hätte, er diese ganzen Verletzungen nicht gehabt hat. Das habe ich ja früher auch immer gesagt. Vielleicht muss einer auch erstmal dauerhaft spielen, um nicht immer so oft verletzt zu sein, weil der wurde immer reingeworfen und war dann wieder verletzt. Jetzt hat er einmal dauerhaft gespielt und hatte gar keine Verletzungen mehr. Ja, klar ist da ein gewisses Risiko. Kempf jetzt nicht so verletzungsanfällig, aber ich hätte Kempf, auch wenn er damals günstig war, auch wenn Bobic ihn kannte, ich hätte Kempf nicht geholt und hätte auf Jordan gesetzt. Hätten wir dann auch gar nicht verleihen brauchen. Wobei ihm natürlich diese Laie durchaus auch in der Weiterentwicklung wahrscheinlich auch persönlich weitergeholfen hat. Also ich finde es immer noch sehr, sehr schade, aber ich hatte mich damit abgefunden. Ich habe einfach damit gerechnet und ja, von daher geht es ja jetzt nicht anders, als ihn abzugeben. Besser, als wenn er jetzt ein halbes Jahr wieder auf der Bank sitzt und dann geben wir ihn ablösefrei ab. Jetzt machen wir wenigstens ein bisschen Geld. Wir brauchen ja Geld. Ich hatte mich einfach damit abgefunden. Ich hatte mich damit abgefunden. Jetzt kann man das einzige Positive daraus ziehen, dass dann wahrscheinlich, hoffentlich Marton Dardai bleibt. Wir können uns ja gleich nochmal die Kadersituation jetzt angucken. Wir müssen auch schauen, was passiert jetzt mit Boyata. Manche Medien aus der Türkei berichteten ja schon, ja, Boyata steht kurz vor dem Medizincheck und so weiter bei Trabzonspor. Ich habe da jetzt nichts mehr gehört. Er hat auch beim Testspiel mitgemacht. Florian Plettenberg, Sky und Bild berichten ja, dass am morgigen Montag oder dann eben am Dienstag schon der Medizincheck von Jordan stattfinden könnte. Das heißt, es könnte auch sein, dass der Wechsel dann morgen schon verkündigt ist. Brauche ich ja dann nicht mehr groß drüber reden. Haben wir ja jetzt dann alles gemacht. Keine Ahnung, was mit Boyata jetzt passiert. Wir haben jetzt, Stand jetzt, wenn wir mit Jordan mal mitzählen, haben wir sieben Innenverteidiger. Wir haben, wenn wir uns den Kader anschauen, noch da Alderete, auch wenn es da diese Koffersituation gibt. Wir haben Uremovic frisch verpflichtet. Wir haben Jordan Turunariga. Wir haben Marton Dardai. Wir haben Marc-Oliver Kempf. Wir haben Gächter und Boyata. Sieben Innenverteidiger für zwei Positionen. Und so, Boyata weiter, also sagen wir mal, Jordan geht jetzt. Sagen wir noch sechs. Wenn Boyata weiterhin verkauft werden soll, dann haben wir noch fünf. Wenn Alderete, das ist ja fix, dass er verkauft werden soll, weil der ja eigentlich so den besten Markt hat und wahrscheinlich können wir mit dem die größte Ablösesumme erzielen. Drei weg, dann haben wir nur noch vier Innenverteidiger. Und dann, frage ich mich, wird es schon wieder fast schon wieder knapp. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wenn man jetzt Jordan abgibt, auch noch einen Boyata geht. Werden wir am Ende sehen, wenn ein Angebot reinflattert, werden wir es wahrscheinlich machen, weil wir brauchen ja eigentlich nur zwei Innenverteidiger. Aber wir haben letzte Saison oder häufig gesehen, wie schnell das geht. Und dann hast du auf einmal keine Innenverteidiger mehr und spielst du da nicht böse gemeint, aber mit Röcker aus der U23. Ja, also für mich würde ich eigentlich dann schon mal ausschließen, dass Marton Darder wechselt. Das kann ich mir jetzt beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass man den dann auch noch abgibt. Zumal ja die Bild getitelt hat, dass Schwarz ihn auf gar keinen Fall gehen lassen will, auch wenn der andere Angebot hat. Wenigstens eine positive Nachricht. Die weitere positive Nachricht ist, wir sammeln halt immer mehr Geld ein für unseren geforderten Transferüberschuss von knapp 20 Millionen. Wen haben wir jetzt alles verkauft? Löwen für eine Million. Auch ein ordentliches Minus da gemacht. Kade wird übrigens mit erst dieses Jahr gar keine Ablöse. Dann hieß es 500.000. Transfermarkt.de berichtet jetzt schon von einer Million. Also gehen wir einfach mal von der Summe aus. Dann hätten wir zwei Millionen. Bei Dilrusson wurde ja über die Ablösesumme Stillschweigen vereinbart, aber ich schätze mal unter fünf Millionen wird das nicht gewesen sein. Dann haben wir fünf Millionen. Arne Meier haben wir für fünf Millionen abgegeben. Wenn wir Jordan jetzt sagen wir mal viereinhalb Millionen plus Boni, die fließen ja dann auch nicht direkt. Gehen wir mal von dreieinhalb Millionen aus. Dann hätten wir schon eingenommen 15,5 Millionen. Und das Einzige, was wir bei den ganzen Transfers bisher ausgegeben haben, war ja die 500.000 Rückholaktionen oder 600.000 für einen Gangkamm. Da brauchen wir nicht wieder von reden. Es ist völliger Quatsch für mich damals alles gewesen. Aber es ist gut, dass wir ihn zurückgeholt haben. Das heißt, wir sind ja bisher bei einem Plus von 15 Millionen. Und das Gute jetzt, auch wenn es traurig ist, aber das Gute an der Sache ist halt, dass die eigentlichen Leute, die ja Geld bringen, ja noch gar nicht weg sind. Ein Santi. Ja, sechs Millionen Marktwert laut Transfermarkt. Wir haben gerade besprochen, dass wir eigentlich immer weniger kriegen, als die Transfermarkt.de einschätzen. Aber da soll ja das Preisschild wohl zwölf Millionen betragen. Ey, selbst wenn wir acht Millionen für den bekommen, wir haben ja jetzt schon 15 Millionen plus. Boyata steht immer noch zum Verkauf. Wenn das wirklich stimmen sollte, kriegen wir zweieinhalb Millionen für den von Trabson. Wir haben Alderete, da soll es ein Preisschild geben. Das halte ich aber für, also der ist wirklich gefragt. Auch viele spanische Vereine sind dran, aber das halte ich für sehr unrealistisch. 15 Millionen will Bobic ja wohl für ihn, laut übereinstimmenden Medienberichten. Aber wahrscheinlich, das ist dann so türkischer Basarmäßig. Am Ende trifft man sich bei 10 Millionen, womit ich absolut zufrieden wäre, wenn wir 10 Millionen für den kriegen. Piontek weiterhin zum Verkauf. Da fehlen bloß irgendwie die Abnehmer und auch die Klubs, die so ein Gehalt zahlen wollen. Und wahrscheinlich auch die Klubs, wo er hin will. Sagen wir mal, man kriegt für den, der hat einen Marktwert angeblich von 12 Millionen, bin ich mir sicher, dass wir das nicht kriegen diesen Sommer. Sagen wir mal, wir kriegen 8 bis 10 Millionen. Luke Bakchio, ja, wird jetzt mit Olympiakos Pireos in Verbindung gebracht, sollten wir den auch noch abgeben. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hört sich jetzt wirklich irre an, aber wir würden nicht mehr als 6 Millionen fix kriegen. Vielleicht noch Boni-Zahlung oder Weiterverkaufsklausel, aber fix würden wir nicht mehr als 6, maximal vielleicht 7 Millionen für den bekommen. Aber selbst wenn wir jetzt die geringsten Werte nehmen, Santi 8 Millionen, Boyata 2,5 Millionen, Alderete 8 Millionen, Luke Bakchio 6 Millionen, Piontek 8 Millionen, wir sind ja jetzt schon bei plus 15 Millionen. Und wenn wir diese Spieler, die wir ja eh loswerden wollen, und bei Alderete, der ist ja nicht mal mit im Trainingslager, der wurde schon mit Koffern am Trainingsgelände gesehen, wenn wir die alle noch loswerden, dann könnte man, dann wäre es auch realistisch, wenn man sich mit den Transfers wie Ajorg oder mit Schimanski beschäftigt. Und vor allem hätte man dann auch noch Geld übrig und ordentlich Geld übrig für einen Flügelspieler. Also das muss man ja auch mal bedenken. Ich finde es natürlich sehr, sehr schade. Am Ende sind jetzt Kade, Arne Meier und Jordan, wenn die wirklich alle dann drei weg sind, drei ehemalige Jugendspieler in einer Transferphase gewechselt, die das Zeug hätten eventuell zu spielen. Und die sind leider auch nicht für so Summen gegangen, wo ich sage, ja, das war auch das Maximum, was man rausholen konnte, weil die waren alle schon mal deutlich mehr wert. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Dann haben wir Luca Netz, haben wir letztes Jahr verloren. Ulrich haben wir eigentlich nicht den Wechsel zugelassen. Der wollte ja eigentlich auch gehen. Najar ist auch nach Gladbach gegangen. Aseko ist gegangen. Dann hier Onua nach Leipzig gewechselt. Also das ist schon Wahnsinn, was wir dann Jugendspielern abgeben. Aber kurzfristig jetzt erstmal gedacht, ich finde es schade, dass Jordan geht. Wie gesagt, meine Entscheidung wäre es damals nicht gewesen. In der Situation, in der wir uns jetzt befinden, dass Kempf natürlich nicht wieder verkauft wird, ist klar, dass der wahrscheinlich erstmal Stammspielen wird, ist auch klar. Das ist einfach so diese Transferpolitik. In der Situation, wo wir uns jetzt befinden, ist es okay. Was soll man da jetzt noch anderes machen? Aber ich finde es trotzdem natürlich schade. Also ich hätte es mir nicht gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass Bojada geht, dass Kempf auf der Bank sitzt und wir am besten mit Jordan und, ja, Gächter hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt, aber vielleicht mit Jordan, Marton eine Innenverteidigung bilden mit zwei Linkshüßen oder aber mit Jordan und Kempf meinetwegen. Ja, oder Jordan und Uremovic. Also ich hätte es mir schon anders gewünscht, aber Fußball ist eben nicht immer so, wie man es sich wünscht. Und es ist dann am Ende so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Ja, wie seht ihr das jetzt mit dem Wechsel? Ich glaube, vor allem emotional ist es natürlich so eine Sache. Es gab ja auch viele Leute, die haben diesen Hype um Jordan immer gar nicht gemocht. Die haben jeden Fehler immer direkt kritisiert und meinten, der ist noch schlechter als Bojada und so weiter. Da fand ich eigentlich nicht. Ich finde auch immer noch, der hat ein extremes Potenzial und ich finde auch nicht, dass er so hochgehypt ist, weil er so ein bisschen Social-Media-Präsenz hat da. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, der sich mit Hertha identifiziert hat. Aber nun gut, wenn er wechseln will, bringt es auch nichts. Da gab es ja gestern diese ominöse Aktion, wo alle gesagt haben, der klatscht hier nicht mal Seevolk ab nach seinem Tor. Das ist ja richtig assi. Keine Ahnung, ich habe nicht gesehen. Vielleicht hat er die Hand von Seevolk auch einfach nicht gesehen. Wenn du aber so einen Spieler hast, der keinen Bock mehr hat auf Hertha, auch nach so langer Zeit vielleicht verständlich, aber wenn er, dann bringt es auch nichts. Dann gib ihn ab. Also alle, die jetzt hier abgeschlossen haben mit Hertha innerlich und weg wollen, die sollte man auch abgeben, weil so kannst du keine geile Mannschaftskultur meines Erachtens nach erzeugen. Ja, das war's. Gent hat einen geilen Spieler. Die haben ihren Spieler wieder, der Spieler der Saison wurde, obwohl er nur ein halbes Jahr da war. Ich wünsche Jordan alles Gute. Ich hoffe auch, der macht eine geile Entwicklung, auch wenn man sich dann wieder einen Arsch beißt, wenn man Spieler wie Andrich sieht oder so, die sich woanders dann mega entwickelt haben. Aber am Ende ist es trotzdem cool, dann wenigstens immer sagen zu können, und der kam aus unserer Jugend. Und es ist auch cool, dann meckern zu können und zu sagen, hätten wir den mal lieber gehalten. Der ist so ein Riesentalent und keiner bei uns hat's gesehen, wie blind sind wir eigentlich. Also ich wünsche Jordan natürlich alles Gute, viel Erfolg. Und ich wünsche ihm natürlich auch, dass es ein Sprungbrett ist. Nicht, dass ich Gent hier kleinreden will, aber dass er danach nochmal einen Wechsel in eine Top-Liga zu einem Top-Club schafft, weil ich traue ihm das alles zu. Viel, viel Erfolg. Und schade, dass wir uns da nicht einigen konnten. Und jetzt müssen wir weitermachen. Wenigstens die Einnahmenseite sieht ganz gut aus. Aber ey, wenn ich mir das Testspiel gestern nochmal Revue passieren lassen habe. Klar, ich habe auch gesagt, die waren alle platt und so weiter. Aber wir brauchen unbedingt noch mehr Tempo. Wir brauchen unbedingt noch einen Flügelspieler. Auch wenn wir Iyuki jetzt haben, unbedingt noch einen Flügelspieler und noch einen guten Stürmer. Bitte, bitte macht das, weil in Gangkamp wissen wir nicht, was passiert. Volli wird bestimmt irgendwann kommen. Selke wird jetzt noch ein Jahr bleiben. Den werden wir nicht loswerden. Also bitte diese Position noch verstärken. Also wenn Ażork und Schimanski kommen, dann würde ich mich schon sehr freuen. Auch wenn die natürlich auch erstmal in der Bundesliga nachweisen können, dass sie uns weiterhelfen. Aber ich würde es natürlich trotzdem sehr, sehr feiern. So sehr ausführliche Worte zu einem Wechsel, der noch gar nicht offiziell fix ist. Zu einem Wechsel von einem Spieler. Aber ich finde, Jordan, da muss man schon mal ein bisschen genauer drüber reden, weil das ist ja schon einer, mit dem man sich sehr identifizieren kann, den man sehr mag bei Hertha. Und ja, machen wir weiter so. Wenigstens gibt es wieder ein bisschen Geld noch, auch wenn das natürlich lächerlich ist gegen die Summen, die er mal wert war. Ja, jetzt kam hier gerade noch eine Meldung rein. Omar Alderete, Verkaufskandidat Nummer 1, wie gesagt, gestern schon mit gepackten Koffern gesehen. Der soll jetzt wirklich zum FC Getafe wechseln. Ja, soll also in der La Liga bleiben. Wie gesagt, da gab es ja etliche Interessenten. Betis Sevilla, FC Sevilla, Atletico Madrid, auch FC Valencia, der die Kaufoption verstrichen ließ. Und jetzt soll der Mann, für den Freddy Bobic ja angeblich 15 Millionen Euro will, ich denke, es wird deutlich weniger sein, zum FC Getafe wechseln. FC Getafe aus der, oder Getafe, müsst ihr wissen, hat schon bis jetzt ein Transferplus von 14 Millionen erwirtschaftet. Sie haben erst einen Spieler, ich glaube, für rund eine Million gekauft. Ja, genau, für eine Million gekauft. Sie haben Linksverteidiger, Matthias Oliveira, nach Neapel ziehen lassen, zum SSC Neapel, für 11 Millionen Ablöse. Und haben Mittelstürmer Hugo Duro an den FC Valencia zum Liga-Konkurrenten für 4 Millionen verkauft. Das heißt, da ist zumindest mal ein ordentliches Transferplus stammt jetzt da. Und das könnte erklären, wie der Klub aus der La Liga, der meines Erachtens nach letztes Jahr 15. geworden ist, ich kann es gerne nochmal checken, wie die sich Omar Alderete leisten können. Also laut Kicker sind die Gespräche zwischen Hertha und dem FC Getafe sehr weit fortgeschritten mit Freddy Bobic. Wie gesagt, er stand ja da schon mit gepackten Koffern. Ja, 15. als Getafe geworden. Also auch eigentlich eher ein Abstiegskandidat. Aber mal gucken, was das mit Alderete wird. Fortgeschrittene Gespräche sind bereits da. Man glaubt wohl, bis Anfang, Mitte der Woche eine Einigung zu erzielen, laut Kicker. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir da wirklich für ihn kriegen. Das könnte das Transferplus auf jeden Fall schon mal schließen. Und dann könnten wir vielleicht mal langsam anfangen, unsere Offensive zu verstärken, wenn wir jetzt neben Jordan auch noch Omar Alderete losgeworden sind. Ich bin gespannt, wie viel Geld Getafe am Ende wirklich zur Verfügung hat und bereit ist, für ihn zu zahlen. Weil natürlich braucht man sich auch nichts vormachen. Die haben jetzt einen Marktwert vom gesamten Team von 123 Millionen. Das ist jetzt kein absoluter Top-Club. Also es wäre schon krass, wenn wir 10 Millionen denen aus den Hüften leiern können. ist jetzt nicht so, dass sie gesät sind mit Spielern, die über 10 Millionen Euro wert sind. Das ist dann doch eher mal, sind dann eher doch Einzelspieler. Ja, das war es jetzt an News. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich entspanne mich jetzt weiter. Und ja, meine Tierliste zu den Trikots kommt noch. Mein Video, was ich eigentlich heute hochladen wollte mit den Rankings der Heimtrikots. Ich glaube nicht, dass ich es morgen machen kann, weil wir wahrscheinlich morgen wieder tausend neue Gerüchte haben. Aber es kommt noch. Und wenn es an irgendeinem Tag halt dann mal zwei Videos gibt, auch kein Problem. Also danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, gerne eure Meinung rein. Hilft auch immer dem Algorithmus, hilft mir und interessiert mich auch, was ihr sagt. Und wir sehen uns morgen übrigens ja im legendären Montag Stream ab 21.30 Uhr. Da gucken wir den zweiten Teil des Riedle-Baku-Interviews bei Bilal und bestimmt auch noch ein paar neue Hertha-Videos und machen Tommys Coffee Talk. Also wird nochmal ein legendärer Stream, bevor ich mich dann eine Woche in den Urlaub verabschiede. So, und jetzt macht's gut, liebe Freunde. Ich genieße jetzt noch den sonnigen Sonntag. Ha, ha, ho. Und auf eine bessere Saison. Bis denn. Und auf eine bessere Saison. Bis denn. Untertitelung des ZDF, 2020